Oh Junge Freunde der guten Unterhaltung, willkommen zu diesem neuen Video Heute nächstes Video ist mal wieder zusammengemerged aus zwei verschiedenen Tagen, an denen wir geritten sind Weil wir es einfach am ersten Tag nicht geschafft haben, genug Pfundsch für ein ganzes Video rauszuhauen Das heißt, ihr seht jetzt hintereinander zwei Tage, an denen wir geschwettet sind Am ersten Tag hat es ordentlich geschneit, am Vortag bzw. die Trails waren noch so halb vereist Es lag noch ein bisschen Schnee und es war auch sehr matschig alles Am zweiten Tag hat sich jetzt eigentlich nicht viel verändert, außer dass statt Schnee einfach ordentlich gestürmt hat Immer kurz eingeblendet Der eine oder andere sagt sich jetzt vielleicht, okay, das ist ja eigentlich voll gefährlich, da können ja Bäume runterfallen und so Wenn es so gestürmt hat, kein Problem, wir haben den Mann dabei, der regelt es normalerweise Damit deine Energie wieder harmonisch durch deinen Körper fließen kann Und eine kleine Sache fehlt auf jeden Fall noch und zwar das Highlight der Woche Flö, flö, flöte Mann spielt die Flöte wie ein Mann Ein geisteskrankes Flötengenie Und übrigens der treue Zuschauer, alles andere hat sich auf Instagram dringend gewünscht, dass wir mehr von Grantlmann bringen sollen Das heißt, hier habt ihr jetzt auch einen lang ersehnten Grantl-Bad wieder GRANTL-BAD Ich freue mich, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall Hier sollten normalerweise Weekly Uploads kommen Geht zum Herzen Aber ich würde sagen, genug gelabert, gegen Ende des Videos gibt es noch einen kleinen Edit, also bleibt bis dahin dran Jetzt geht´s los! Jetzt geht´s los! Ich schlafe mir hier mal rein Boah, Junge! Ja? Um! Es ist matschig, ich hab irgendwas im Auge Es ist matschig, ich hab irgendwas im Auge Boah! Boah! Und meine Bremse klietscht auch ein wenig, also rutschig ist es! Achtung, Stein! Boah! Und meine Bremse klietscht auch ein wenig, also rutschig ist es! Was? Aha! 500 AQ, Junge! Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben jetzt beschlossen, dass wir gleich noch um den Street fahren gehen, weil hier fahren geht halt momentan nicht so gut und wir machen halt genau eine Sache um die Sprünge zu zerstören. Abmoderation sind irgendwie lame. Abmoderation Abmoderation Abmoderation